In welche Richtung geht es mit den Südtiroler Ortsnamen? Ein- oder mehrsprachig? Die Sechser-Kommission in Rom hat gestern alle überrascht und sich auf einen fast schon historischen Kompromiss geeinigt. 1200 Ortsnamen, die Hälfte dieser Namen wird künftig zweisprachig sein und die andere Hälfte nur Deutsch. Über den Rest entscheidet eine Expertenkommission je nach tagtäglichem Gebrauch. Die Reaktionen darauf sind sehr unterschiedlich. Es war ein langer Weg. Über Jahrzehnte wurde die Toponomastik immer wieder im Streit aufgeschoben. Jetzt die Lösung, die der SVP passt. Und vor allem ist das Prinzip endlich als solches durchbrochen worden, dass Zweisprachigkeit die Übersetzung sämtlicher Namen bedeutet. Für Wegschilder etwa, die immer wieder als Streitobjekt herhalten mussten, könnte die gängige Praxis, nicht alles übersetzt anzugeben, endlich anerkanntes Recht werden. Die Abkommen zwischen dem früheren Landeshauptmann Durnwalder und den Ministern Fittor und Del Rio bilden dafür die Grundlage. Geht es um eine Alm, geht es um einen Fluss beispielsweise, dass das übersetzt wird, aber nicht der Name selber. Dafür sind wir eingestanden und das ist ja auch ein Prinzip, das durch die Abkommen Fittor und Del Rio auch festgelegt wurde. Alles falsch, sagen Südtiroler Freiheit, Heimatbund und Schützen. Wenn der Landtag jetzt eine Expertenkommission einsetzt, die aus Historikern anstatt aus Toponomasten, also aus Fachleuten besteht, dann werde die Sache noch schlimmer. Und vor allem ist ja jedem Unfug Tür und Tor geöffnet, weil man dann wirklich sagen kann, okay, wir gebrauchen diesen Namen, deshalb muss er amtlich werden. Dabei ist es ja ein faschistischer Name, ein Name faschistischer Provenienz und der wird jetzt plötzlich gleichgestellt mit einem gewachsenen Namen. Als wenn das ein Problem wäre, meint der italienische Alpenverein CAI, der mit einer möglichst kleinen Liste sogenannter unantastbarer Ortsnamen den Kompromiss in der Sechser-Kommission in Rom erst ermöglichte. Wir finden, es ist wichtig, dass jeder in seiner Muttersprache die Benennung von den Ortschaften so umkommt, wie er sie will. Für den CAI-Chef ist die künftige Kommission aus drei Italienern und drei Deutschen Garantie genug. Er will, dass Namen für Orte und Landschaften kein Hindernis mehr sind für das Zusammenleben in Südtirol.